Die Nazis haben in Berlin zu einer Demonstration gegen Frau Merkel aufgerufen. Nun ist es ja nicht unsere Aufgabe, Frau Merkel zu schützen, sondern eigentlich sie zu kritisieren. Aber gegen Nazi-Demos muss man sich immer stellen, egal gegen wen sie sich richten. Und deshalb rufe ich dazu auf, an der Demonstration so aktiv und so breit wie möglich teilzunehmen. Wir haben eine gefährliche Rechtsentwicklung in ganz Europa und in Deutschland. Und deshalb müssen wir über unseren Schatten springen und andere müssen auch über ihren Schatten springen und sagen, wir können uns ansonsten streiten wie die Kesselflicker, aber diese rechtsextreme Entwicklung können wir nirgendwo zulassen. Das ist eine historische, eine politische und eine demokratische Verantwortung. Vielen Dank.